woanders weiß nicht aber ich bin gerade in diesem Sitz aufgewacht und bin in irgendeiner Höhle oder ich bin schon auf einem anderen... Sonnenlicht Jooo Ich hab nicht mehr meine Taschen, aber wie ein Mensch Guckt euch das an Ich muss nicht sagen, die Natur ist doch das schönste, was es gibt, oder? Also eigentlich ist die Natur da unten, wo ich ja war, war ja auch Natur Das ist unser Wasser Ja, das ist schon was ich meine Ich bin auf der A Wahnsinn Absolut Wahnsinn Ich fühle mich gestärkt, eine bessere Person voneinander selbst Okay, jetzt gibt es noch eine Fragebogen Ich fühle mich abgetrennt, ich fühle mich verändert Ich fühle mich abgetrennt, ich fühle mich verändert Ich fühle mich abgetrennt, ich fühle mich verändert Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Das ist angenehm Beunruhigt Sie die Tatsache, dass nicht längere Menschen sind? Nein, ich fühle mich gut zu finden Sie, dass die existenziell muito nerve Möchtet ihr lieber aus dem Projekt entfernt werden und die Totaxe zu finden? Nein. Nein. Okay, geht weiter.